Habt ihr das mitbekommen, Freunde? Beim Lidl haben wir jetzt eine Zweiklassengesellschaft. Einmal die Leute mit Smartphone und App und auf der anderen Seite die Leute, die diese App nicht benutzen möchten. Damit moin zusammen, ich bin mein Name Olli, ich grüße euch und dann sehen wir euch hier. Neue Lidl Preisschilder. Warum Kunden jetzt zwei Preise sehen? Und es ist tatsächlich so, dass es wohl von Lidl, wie es hier auch drin steht, eine nette App gibt. Und wenn du die hast, dann bekommst du den günstigeren Preis für die Tomaten beispielsweise oder überhaupt das Angebot. Von einem Produkt. Und wenn du die App nicht hast, bekommst du den nicht. Und dann muss man sich doch allen Ernstes fragen, wer macht denn das mit? Wer macht denn das mit? Also ganz ehrlich, ich werde bei Lidl, gehe ich sowieso selten hin, ich finde den tendenziell teurer für die Sachen, die ich kaufe, als jetzt beispielsweise Aldi oder auch Rewe, die Jagdprodukte, also die Eigenmarke, die ich ganz gerne mal kaufe. Und warum sollte ich das denn jetzt unterstützen? Das würde ja auch voraussetzen, ich muss immer mein Handy mitnehmen. Ich möchte aber nicht immer mein Handy dabei haben, muss schon gar nicht beim Einkaufen. Schreib mir einen kleinen Einkaufszettel, ne, hier so, kleinen gelben Post-it, den hast du dann in der Tasche dabei. Und man will doch auch einfach mal seine Ruhe haben. Und die App heißt die Loyalty-App von Lidl. Ja. Kannst dir alles nicht mehr ausdenken, was hier abgeht. Jetzt haben wir ernsthaft beim Einkaufen eine Zweiklassengesellschaft. Wo soll das denn noch hinführen? Was ist denn mit alten Leuten, die jetzt vielleicht gar kein so ein Smartphone haben, wo man die App runterladen kann? Vielleicht jemand, der ein älteres Gerät hat, wo die App vielleicht nicht drauf funktioniert. Vielleicht mit jemand, der sagt wie ich, ne, ich möchte mein Handy nicht mitnehmen, etc. Also das ist doch unglaublich, was hier passiert. Aber das Schlimme ist, ich wette, das wird angenommen. Das wird von so vielen angenommen, dass das Schule machen wird im Positiven. Also ich bin gespannt, was ihr in den Kommentaren schreiben werdet. Vielleicht habt ihr die App ja schon installiert. Bis zum nächsten und ciao.